Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Base 1, äh, Part 5 sind wir jetzt schon, okay, ich mach mal weiter. Ähm, die Töne ist schon wieder unglaublich. Gut, ich geh raus, ich hab ja gerade meinen Classmarkader verbessert. Ich will eigentlich gar nicht raus jetzt. Genau Isaac, bring die Katine zur Monorail-Steuerung und setz sie in den Prozessor ein. Wupp, ja! Wombatsch ist jetzt vor mir weg. Gut, ich glaub das ist tot. Wir brauchen was zumindest. Oh, ich bin gleich falsch. Ich hasse es! Ich hasse es! Das ist unglaublich. Ich bin froh, dass ich nur hier bissl reden kann, weißt? Dass ich bissl abklängend bin. Wenn ich so spiele würde, ich würde sterben. Ähm. Ich hab einfach die Ü. Die slappt! Verarsch, lass ich mich nicht! Schnell auf, warum was nix drin isch. Gut, das sieht gut aus. Die Räume sind so, so bedrückend, das ist unglaublich. So grau. Schau, die perfekte Atmosphäre. Oh Gott im Himmel, scheiße! Oh scheiße! Oh mein Gott! Ne, ey. Ich hab den Ton hier so laut, das ist schon unglaublich. Oh, oh mein Gott, ich bin grad echt geschockt. Mein Herz. Oh Gott. Das war jetzt bis jetzt das brutalste Szene, wo ich erschrocken bin. Oh Mann. Da kriegt man einfach keine Lust mehr weiter zu spielen, ey. Oh. Mann. Ich krieg da nen Herzinfarkt, wenn ich da nur ein paar Parts mach, das schwör ich euch. Guckt euch das an. Will man jetzt speichern? Oder will man da jetzt hinschucken? Das ist jetzt die Frage. Wenn man sich jetzt dahin trennt, es kommt was von hinten. Da schmau. Deswegen schnell speichern, schnell speichern. Speichern doch. Ok, erstmal kurz erhole. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Einfach mal. Ähm, ich heile mich ganz kurz. Ist egal. Nein! Nein! Zurück! Nimm das. Nicht nochmal speichern. Ja gut. Ganz langsam rüber gucke. Ok, wenn wir langsam gucken, dann sind wir am brutalsten. Ich geh schnell weiter. Oh Mann. Ich glaub ich hab den Drohnen bis jetzt zu laut eingestellt. Also bei mir zumindest. Ich hör's mega laut. Oh Mann. So, einfach durchlaufen. Komm, es kann nix passieren. Gut. Ich hab grad hinter mir ein Schadachse. Das, ich weiß nicht. Ob ihr's auch gesehen habt, aber ich hab's glaubt gesehen. Ah, ich bin wieder im Raum hier, oder? Da war ja nix drin. Ah, die stehen da immer noch. Cool. Leute, ich hab's. Ich hab die Kalle. Yeah. Computer der Monorail-Steuerung online. Ähm. Wenn's kann ich das da aktivieren. Ja. Nude. Toll. Und die dürfen jetzt wegfahren und ich? Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flatline schweißt. Jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zur Kalle und beretten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch wahnsinnhemmend. Selbstmord? Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Fetnis genommen, Miss Daniels. Aber ich hab eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Solange ich hier bin, wird niemand sterbe. Brauchen wir's mal. Ah, speichern. Ja, egal. Ich lau weiter. Da ist ein Schacht unten. Warum? Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Einfach hochlaufen. Da kann ja gar nichts kommen. Wenn ich da jetzt wundere. Ja gut. Das ist ein Witz. Jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Nein. Da ist nichts. Ganz ruhig. Warum einfach einfach vorbeilaufen? Das war nur Stromkabel. Das ist ein Witz. Das ist ein Knallerwitz, oder? Okay. Da hin? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will mich nicht umdreffen. Ich will mich nicht umdreffen. Ich will mich nicht umdreffen. Schnell drücken. Ja, gut. Puh. Da fühlt man sich gleich sicher, wenn der Aufzug ist. Das flackene Licht ist brutale. Das macht ja auch nichts. Und überall tropft so komisch. Unbrutales Viechrind. Auf mich zu. Oder? Ich hab grad was gehört. Hallo? Hallo? Die will mich nur verarschen. Jeder Gang wird brutaler. Jeder Gang wird brutaler. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, du kannst nicht von mir abhauen. Okay, du. Oh Gott! Schnell hinterher rennen, bevor nochmal was kommt. Ah. Bin ich jetzt wieder hier in dem Raum. Cool. Ich muss echt sagen, hier fühle ich mich sicher. Aber hier ist der fache Angriff, oder? Da ist gar kein Blut. So. Das Geld nur eins. Und hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Dann beende ich den fünfter Part hiermit. Aber erstmal speichern. So. Das wird immer brutaler meiner Ansicht nach. Ähm. Ich bin gespannt auf das sechste Part. Okay. Also. So. Wir sehen uns dann im sechsten Part. Ciao. Ja. Und ein bisschen zu���zą.